Und damit sind wir wieder zurück Und zwar bei der folgenden Mission, wo wir auch noch nicht abgeschlossen haben Wir sind hier in die Festung eingedrungen, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, die letzte Folge Wir sind hier in die Festung eingedrungen, wir müssen hier auch Suche am Jägerlager nach Vorort Und wir müssen hier jetzt 340 Meter, würde ich jetzt mal sagen, sind das Gut überlaufen Und das machen wir jetzt auch Hast du einen guten Blick auf dieses Selbstmuster? Muss aber auch So gut wie möglich unerkannt zu bleiben Und kann hier auf Schloss abschießen Oh, der darf mich nicht sehen Er geht jetzt, er geht hoch Haha Ich habe einen neuen Verbündeter Haben die jetzt Angst? Ne Ok, sie gehen Ok, perfekt, glaube ich, mein Neu-Leute, lauft Ich gehe, ich gehe Ich bin raus Identifiziere Da haben wir diesen Abschaum Das haben wir eh schon alles verglichen, für was er schwach ist Und trotzdem, was er nur tut Oh Du darfst nichts sagen Oh 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 Und Hallo Karagor Karagor Lucht von Ach so, fuhr Karagor Oh nein, warte, ich muss doch Als in der Nähe Es ist der Strasse, um ihn anzugreifen Ok, dich hole ich ein, komm her Ach Ach Glaub dich, da hören wir mal Oh, die Namen ist schön das gab mein gott was bist du für ein hässliches ding das sieht aus wie bei silent hielsen der kippe wurde verwalten wollte ach du heilige scheiße man sich direkt sagt da weiß ich schon mal schön ach so die haben jetzt so das ist das ja so wollen wir den auch bringt diese leiche zurück zum zelt Ich hol mir eine Belohnung. Verzieh dich, Abschaum. Wir folgen nur den Befehlen von Gorons. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt den Schand, Mord! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Wirrwurr! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Oh, jetzt darf ich wieder. Auftrag abgeschlossen. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt. Dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Du machst den Menschen gar nicht. So, wir haben... Ich will gerne. Du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch stehen können. Diese Mission haben wir erledigt. Jetzt noch ein paar Meuchelangriffe. Komm schon, fall runter! Jetzt noch ein paar Meuchelangriffe und dann... Jetzt sind wir wieder good to go. Wir sind Action, gut auch mal sein, so ein paar Meuchelangriffe. Kommos, die man aufgeschliffst, die Köpfe sieht. Und... Nein, du darfst mich nicht dabei schüren. Sonst gibt es mich selber noch. Quats! Die Kehle ist so aufgeschliffst. Auf meine Elbenbund. Voll. Ach, komm halt durch die Schlappe. Hässt du dieses Ding, du. Zack! Schönen Kopf gespalten und ab. Mach! Ich hab mich nicht gesehen. Was für eine Affärmung, Affärmung der Tour. Was ich jetzt umgehen will. Ich will diese Mission da hinten... Machen. Du lief mich nicht. Du lief mich nicht. Äh, Chi-Bad-Chi, du lief mich nicht mehr. Bitteschön. Ich hab' euch befreit. Lauft jetzt. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Niemals. Nicht bevor alle Menschen frei sind. Und jedes Dreckspack von Ork tot ist. Du hast mich nie gesehen. Nein. Hab' ich da gerade was gehört. Hör auf mich anzuteifen, ist bringt eh nix. Fatz, jawoll. Ah, ohne den Kopf frei, komm schon. Nein, du störst mich, du netten Mann. Der wird. Fatz. Fatz. Oh, Leute, in diesem Spiel so genial mit dem ganzen Kombus, wo man jemand einfach macht kann. Wem... Du stirbst jetzt auch. Gehle auf und alles ist vorbei. Ganz ruhig. Ganz ruhig, es ist gleich vorbei. Ihr werdet alle nur sterben. Ich vergesse immer diese Misslosigkeit bei diesen Meuchlern Riefen. Ich liebe es einfach so sehr, jeden Einzelnen, diesen jämmerlichen, stinkenden Forks töten. Den dient Elbeck. Ich werde alle töten, den zweiten einen Bruchteil von einem Funde. Moment. Ich rieche etwas. Du hast nichts gedocht. Du bist nicht so. Du bist nicht so. Du bist nicht so. Du bist nicht so. So, wir müssen uns jetzt einfach um das Missionsziel kümmern. Sonst schaffen wir es heute sogar nichts mehr. Ich mag diese Ruinen nicht. Sie sind großlich. Duell jetzt verfügbar. Hier ist kein Duell. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Danke, Waldläuter. ECKSTEIN! 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 Alles muss.. versteckt sein. Der Tag hat wohl Angst bekommen. You Herr! Ihr Weicht! Oder vielleichtAyst! Doch nicht! St 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 ich dachte ich hab jetzt besten doch nicht wahr wie deine seele leute wir sind schon wieder von der mission abkommen aber dafür haben wir jetzt ein paar richtig geile kills sind jetzt gedrückt hat nummer zwei gedrückt und weiß nicht was es ist ein paar machen kann ja man wirklich man berichtete dass sich der waldläufer in der gegend aufhalten könnte haltet also aus 150 mili das nehmen wir doch das glaubt er innerhalb von drei minuten durch gleich angriffe ich war vom feuer umzingelt als der grabwandler angriff aber ich habe nur ein du hast nichts gesehen nicht mal ein paar dann solltet ihr alle nix mehr brechen das genick sie gehen doch vielen dank waldläufer doch nicht auf dem turm pissen leute das ist egal was macht man einfach nicht viel einfacher jetzt diese mission zu machen als auf meinem ersten mal es ist gleich aber nicht auf zu kämpfen waldläufer das ist ein schönes leben nach das verspreche ich hier so gut wir sind jetzt in der nähe von diesem missionsziel du hast die aufmerksamkeit einer geheimnisvollen kreatur erregt suche sie und finde heraus was über dich weiß ein schatten was glaubst du wer sich dort in den schatten verbirgt eine große macht hat ihn für sich eingenommen das spüre ich ob er uns antworten liefern kann für uns beide dann sollten wir ihn finden das sollte nicht sonderlich schwer sein folgende spuren scheint weder mensch noch drei zu werden umso mehr grund ihnen zu folgen schluss 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 keiner macht die sklaven nieder ohne meine erlaubnis und die habt ihr nicht und werdet ihr nie bekommen was willst du he lass mich ihn endlich töten sonst stirbst du selber auch noch schluss 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 der mensch scheint ein ums andere mal in Gefangenschaft zu enden komm ja wenn du Stress willst ach ich kann auch so wenn die Buche zusammen sind sehr gut ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen schneidet ihnen die Beine ab die brauchen sie nicht ums andere haha der Tod kommt von oben sterb 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 los sterb 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 ja genau hier schlacht ich mich aber nicht die Zeit hier ist ja das ist ja verfault und stinkig so wir haben den paar verloren wo ist er hin ich spüre es weiß mehr von mir als ich von mir selbst weiß wie soll solch ein wesen etwas von geistern wissen es besteht eine verbindung zwischen uns ich fühle es die orks sind verrückt und grausam nichts erzählen ganz ruhig ist gleich vorbei der zahl hat so viel schiss noch weiter hier rum zu schleichen eine bogenschütze du wirst deinen kollegen nichts erzählen oder das ist unsere chance ich danke dir hier wäre ein turm ich muss den turm jetzt einfach aktivieren dann kann ich mich in der tipp portieren was ich so nein nein doch boah mann sowas nervt und der turm aus elben steinen gebaut erleuchtet als wäre schade ja ja der schwung ist nichts irgendwo haben wir noch hier ist er mal und sind ihm kein hindernis wie zum teufel kannte einfach hier hoch hier lang hier runter deine kreatur wandelt auf gefährlichen faden es ist nicht einfach mit vollem zu reden man muss schon etwas dafür tun auch blume die sonder wiederherstellen das ist natürlich sehr sehr wichtig ich will immer springen aber weil greife ich was hier mit andauern die spuren des geschöpfs führen in die höhle eines karagor dort es läuft davon geier geier ja ja wo im bis wer ist hier keine ahnung was das hört sich nie gut an aufsammeln eine lune oder ein amulett was енер zauber ist das ein verlorenes abschlück teil Du erinnerst dich an einige Feindsteppel? Ja. Ich wünschte dich, dass du sie vergessen hast. Deine Familie war es dieser Schmerz, der uns verbindet. Elende Kreatur, was willst du von mir? Oh, nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh. Ich auge. Jawoll. Los, ihm nach, ihm nach. Wo ist es hin? Komm ja, Gott. Was? Neuer Feindjäger. Jäger sollten schnell getötet werden. Drücke während des Laufens leertaste, um Sperren auszuweichen. Ach so. Komm ja. 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 Jetzt für das Karagor auf meiner Seite. Tipp beleertaste um. Also, um anglisch aufzurägen. Uuhh. Au. Auswahl. Au. Immer das Karagor macht. das war eigentlich drückte klärt hast denn nein 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 bitte nicht ok 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 los das lehrt das lehrt hast du ich drück doch lehrt hast du meinen dort ich habe nichts gesehen es läuft davon ok ok jetzt die scheinen die kammer vor bis hier verfolgt zu haben und jetzt habe ich oder nicht doch ich habe irgendwie check ich nicht die ganze zeit lehrt hast du aber irgendwie funktioniert nicht ich nahe endlich dann ist eine kleine kreatur dauert irgendwo hier in den schatten so was nervt er wird sich erinnern mein schatz wir werden ihn zwingen ja 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 wir brauchen es zurück wir brauchen es schweig sei still mein schatz es wäre so leicht sich an mich ranzuschleichen nein 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 tut uns nichts ja wir kennen ihn leuchtende herr kam zu uns in unseren träumen du bist nicht du bist nicht du bist nicht du bist ein schatz er hat uns die schätze des leuchtenden herrn gezeigt genug der letzte ja Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören dem leuchtenden Herrn zu dem. Wir zeigen ihm seine Schätze. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Nein, will ich nicht. Oh mein Gott, dieser Gollum. Ich hasse diese Kreatur. Ich habe Gollum, also Herr der Ringe, das erste Mal als Kind gesehen, wo ich, keine Ahnung, sieben, acht Jahre alt war. Glaube ich jetzt ungefähr. Ich hatte so Angst vor ihm jedes Mal. Okay, jetzt noch. Oh, was ist das hier? Ist mir egal, was es war. Ich will auch einen künftigen Kampf haben. Hey, was ist das für eine Krone? Ist sie oben? Nice. Oh. Hast du die Krone gesehen, was sie ist? Okay. Vielleicht in dem Modus. Ah. Hab ich ein Glück, noch am Leben zu sein. Na nicht hier, Gilaia Mordor. Das ist so. Und die Welt vielleicht. Oh, wir können unsere Waffen und Runen wieder verbessern. Ähm. Ja, wir kaufen uns einen neuen Runenplatz. Leere Rune. Die Wärtsuggeräte von Legitärin, das habe ich schon bei einem anderen. Chance von 20% kritischen Treffer mit dem Wert Gegner anzuzünden. Eine letzte Chance ziehe erneut. Ey, das will ich jetzt nicht unbedingt. Gegnerischen Nahkampfschaden um 50% zu reduzieren. Ich glaube, ich will sie mal in Flammen setzen. Das wäre mal interessant. Wir kaufen uns einen neuen Runenplatz. Oh, hier ist was Neues. Chance von 33% beim ersten Treffer. Eine Trefferserie, einen automatischen kritischen Treffer zu verursachen. Immun gegen Gift. Bildung eines Hauptmannsheiligen. Fokus und gesundheitvollständig wieder her. Hm, 40% 50% Fokus zu regenerieren. Ne, die 33% liegt lang. Ziemlich verlockt. Verbesserung. Was können wir noch verbessern? Eldengleiches Geschick. Schnell laufen kann ich schaden. Schieße auf Feuer. Oh ja. Kargora. Ein Kargora können wir reiten. Drücke es hier, um von oben herab auf ein Kargora aufzusetzen. Und sobald du aufgesessen bist, kannst du mit ihm reiten und kämpfen. Oh, das krieg ich mal richtig. Das wird ein Spaß. Mehr Fokus ist das. Das ist ziemlich praktisch, weil es mir geht immer der Fokus aus. Bisschen mehr Leben, auch noch dazu. Jawohl. Sehen wie der Geist des Waldläufers in Lorms. Das ist die Thiel, den Sternenmond. Es wurde aus Mitriol geschmiedet und trägt die L. Oh. Ist frei. So. Glück, die Letters nach einem Sprung über Fels. Nur die Mauer. Witzschuh. Ja, hörst du, dass du informationst. Widersetzt dich nicht. Hm. Ihr zwei seid Missionsziele. Hm. Gibt mir Informationen. Okay. Genug dergleichen. Stirb. Winser und Jammerer, du Stück Schreck. Tu ihm das nicht an. Sonst tue ich ihr das an. Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Ich stehe in deiner Schuld. Winser und Jammerer, du siehst. Was hast du für mich, hä? Lohr, ein Schwarzherz. Oh, ein Speerwerfer. Stirb. Du hast genug erzählt. Oh. Schaffe ich das jetzt von... Schaffe ich das jetzt von... Nö. Oh. Nein, nein. Geh hoch. Und? Bewege das Symbol. Okay. Rechte Maustaste. Okay. Auf dem Rücken eines Cargos. Drücke zum Angreifen. Linke Maustaste. Schlägt fein nieder. Drücke zum Beißen. Okay. Unachtsame Feinde und gewinne Gesundheit. Tötet niedergeschlagene oder unachtsame Feinde und gewinne Gesundheit zurück. Halte rechte Maustaste gedrückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Halte Shift plus, um einen Angriff von oben auszuhören. Absteigen, Angriff. Scheiße. Ob das Fliege aufzuhören, kann ich auch. Ach. Der Tag ist lentsch weg. Hm. Rrrr. Muss ich mein Caracor? Nun aufgeben. Ach, das gehört sowieso mir. Ah. Richtig nice. Okay. Wir bestreiten noch diesen Dummkopf. Fresst uns auf. Fresst uns auf. Fresst uns auf. Der Dummkopf. Das hat schon sehr viel zu sprechen. Dann der Dummkopf. Okay. Das hat schon sehr viel zu sprechen. Das hat schon sehr viel zu sprechen. Das hat schon sehr viel zu sprechen. Der Dummkopf ist nicht so schön. Oh, du Dummkopf. Hast mich zum letzten Mal. Los, steh ab. So wird das nichts. Sich zerquetschen. Ich töte dich selbst. Komm schon. Komm schon. Gib mir alles, was du hast. Stirb. Ganz einfach. Festen machen. Macht plus 45. Der Häuptling muss seine Befehle von der schwarzen Hand erhalten. Und damit endet auch diese Folge mit diesem glorreichen Sieg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut auf den Like-Baden, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo würde mich auch sehr freuen. Natürlich. Und dann bis zum nächsten Mal bei Mordors Schatten.